Hallo Leute, hier ist Sulfa von Freak'n'Fuilly Und zwar habe ich eine simple Frage an euch oder vielleicht sogar zwei oder drei Fragen Das wird sich zeigen und zwar Mir ist momentan aufgefallen, dass unsere allgemeinen, unsere Viewerzahlen bei allen unseren Videos zurückgehen Ich weiß nicht woran das liegt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht am neuen YouTube-Design liegt Vielleicht seht ihr die Videos gar nicht oder so Das ist so mein erster Gedanke gewesen Mein zweiter Gedanke ist natürlich Hm, mögt ihr vielleicht die Let's Plays, die wir momentan oder beziehungsweise ich momentan hochstelle Und damit ist nämlich das Assassin's Creed Revelations Let's Play gemeint Mögt ihr das vielleicht einfach nicht oder habt ihr keinen Bock drauf? Ähm, falls dem so sein sollte Vielleicht macht ihr einfach mal einen Spielevorschlag Oder allgemein, ihr könnt gerne auch so einfach einen Spielevorschlag machen Also in die Comments posten einfach Und mir sagen, welche Spiele ihr denn gerne haben wollt Like, let's play it Vielleicht habt ihr sogar ein Spiel dabei, was richtig interessant wäre Aber auf jeden Fall Assassin's Creed Ähm, ja Ich sehe, wie die Viewerzahlen von Video zu Video extrem zurückgehen Das neueste Video ist gerade mal nach einem Tag mit sieben Views Ähm, online Und das ist schon etwas Ähm, um es in Anführungszeichen zu sagen Demotivierend Tja, deswegen meine Frage an euch Ähm, seht ihr die Videos entweder nicht? Gefallen sie euch nicht? Oder findet ihr das Spiel einfach nur scheiße? Bitte eine kleine Antwort dazu in den Comments Dankeschön Bis dann Danke 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 Garage risky MA Vielen Dank.